Wenn aus SMART genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist ja auch schon wieder 24 Stunden her. Wir haben ja gesagt, wir machen daraus ein Daily-Format und ich möchte euch natürlich heute mal ganz kurz berichten, wie sich das Ganze für mich so anfühlt. Wir machen das seit letzter Woche und ich muss sagen, ich habe am Anfang gedacht, krass, Daily-Format, das ist ja schon echt ein großes Ding. Aber es fällt mir irgendwie viel einfacher, für diese täglichen Folgen Inhalte zu finden oder mir Themen zu überlegen, anstatt zu sagen, wir gehen zwei, dreimal die Woche auf Sendung. Der Prozess allerdings dahinter ist ein komplett anderer. Also da sind wir gerade dabei, das Ganze so umzubauen, damit es dann noch ein bisschen vollautomatisierter läuft. Und ja, also ich finde es total cool und ich sehe an euren Reaktionen, an euren Liebesbriefen an uns, dass das auch euch gefällt. Und deswegen werden wir das jetzt hier weiter durchziehen. Wenn ihr die ganzen Insights zu diesem Thema oder auch generell zum Thema Podcasting haben wollt, passt übrigens auch super heute zu unserem Thema, dann schaut doch mal in die Shownotes und findet die Podcast Mastery. Da ist übrigens der Gordon Schönwälder mit dabei, von den Podcast-Helden. Das war so einer meiner ersten Mentoren zum Thema Podcast. Ich finde es echt cool, dass er dabei ist. Liebe Grüße an dich, Gordon. Und nochmal einen herzlichen Glückwunsch, denn du bist zum zweiten Mal Papa geworden. Mega geil. Da ist der Nachwuchs in der Podcast-Szene schon unterwegs. Okay, heute geht es um das Thema Bühnenkompetenz. Professionell repräsentieren. Und ich meine mit Bühnenkompetenz jetzt nicht nur die Bühne, die wir so im Kopf haben, wenn wir Bühne hören, sondern ich meine damit die öffentliche Bühne, die öffentlichen Präsentationen. Das kann zum Beispiel eine Podcast-Folge sein als Soloshow oder aber auch als Interview. Es kann auch ein filmisches Interview sein. Aber generell meine ich damit natürlich die öffentliche Repräsentation unserer selbst, unserer Persönlichkeit, Personal Brand, der Unternehmensmarke natürlich, der Corporate Brand und natürlich unserer Produkte und Dienstleistungen oder Angebote, die wir einfach haben, die wir vielleicht im Zuge dessen mit präsentieren. Und all das ist eine Repräsentation, die auf höchstem professionellem Niveau stattfinden sollte. Ganz besonders gerichtet an meine lieben Gründer und Gründerinnen. Das Thema Startup-Pitch, super wichtiges Ding. Da geht es ja um was. Da geht es ja um die nächsten Investments unter Umständen, um das Unternehmen weiterführen zu können oder weiter skalieren zu können. Also wie wichtig bitte ist so ein Pitch? Also da kann man dann schon ein bisschen Energie reingeben. Und genau das wollen wir mit dieser Podcast-Folge tun. Und, und das war der Auslöser, warum wir heute diese Podcast-Folge bringen, weil wir haben mit der Manuela Kamper zusammen, eine sehr erfolgreiche und international bekannte Moderatorin und Trainerin, eine Masterclass aufgesetzt. Und die nennt sich Business Performance Masterclass. Da geht es dann um genau diese Themen, die ich gerade angesprochen habe. Und ich finde es einfach total wichtig. Also ich könnte mir das zum Beispiel auch für unsere Kinder in den Schulen vorstellen. Wie wichtig ist es, sich selbst professionell repräsentieren zu können. Ob ich mich zum Beispiel für einen neuen Beruf begeistern kann oder ob ich mich einem Lebenspartner irgendwann vorstelle. Das ist für die Kinder nicht so interessant, aber später dann wichtig. Also das ist schon enorm wichtig zu verstehen. Und das hat mal ein Mentor zu mir gesagt, der hat gesagt, Norm, wenn du aus der Eingangstür, aus der Haustür raustrittst, betrittst du eine Bühne. Und jetzt geh mal ganz kurz im Geiste durch, wie wir diese Bühne das ein oder andere Mal betreten. Also was passiert, wenn du die Haustür verlässt? Ich stelle mir gerade vor, wie ich Müll rausbringe. Ja, da weiß ich nicht, ob ich repräsentativ bin, aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, mal zu verstehen, dass egal was du tust, also alles das, was folgt, wenn du die Tür hinter dir zuziehst, von deiner Wohnung, von deinem Haus, alles was danach folgt, repräsentiert dich. Ja, also wenn ich da voll verschlunzt den Müll rausbringe, bin das auch ich. Aber wenn ich auch einen Präsentationstermin habe, wie trete ich da auf? Mache ich mir die Gedanken überhaupt über mein Styling, über mein Auftreten, über meine Wirkung? Bin ich sympathisch? Wirke ich auch als Experte oder Expertin, wenn ich das Thema vorstelle? Leute, ich habe Experten und Expertinnen kennengelernt und ich weiß, das sind absolute Koryphäen, können es aber nicht präsentieren. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn die Öffentlichkeit oder mein Publikum, was ich ja begeistern möchte, was ich gewinnen möchte, vielleicht Investoren, die ich überzeugen möchte zu investieren in mein Unternehmen, wenn ich absolut Spitzenprofi bin, aber das nicht kommunizieren kann, wenn ich nicht in der Lage bin, das professionell zu repräsentieren. Meine Expertise und das, was ich da anbieten möchte. Es ist am Ende auf dieser Bühne, auf dieser öffentlichen Bühne, eine Verkaufsveranstaltung. Und wie das funktioniert, das lernst du, wie gesagt, in der Business Performance Masterclass. Also Link auch in den Shownotes. Schau gerne mal bei uns vorbei. Ich möchte dir heute unbedingt eine Geschichte erzählen und die ist insofern ganz spannend, weil sie für mich, ja, wie soll ich sagen, man würde das vielleicht Game Changer nennen. Es war für mich ein Erlebnis, was ich so ehrlich gesagt nicht nochmal brauche, aber was für mich schon sehr wichtig war, so in meiner Entwicklung, für das Verständnis, was es bedeutet, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. So möchte ich es mal ausdrücken. So kompliziert möchte ich es mal ausdrücken. Ihr werdet gleich verstehen, worum es geht. Zur Vorgeschichte. Ich habe für ein sehr großes Unternehmen, was ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen möchte, aber für ein großes Unternehmen gearbeitet und war dort Berater zum Thema Markenentwicklung. Und das war ein sehr, sehr großes Projekt. Und es ging im Grunde darum, diesen ganzen Laden einmal von links nach rechts zu drehen. Also wie schafft man es? Behutsam natürlich. Marke ist ja schon durchaus ein sensibles Projekt. Vor allem, wenn sehr viele Werte geschaffen wurden, dass man die Marke dann entsprechend so weiterentwickelt, dass der Wert erhalten bleibt, wenn nicht sogar erhöht wird. Und es war so, dass im Laufe des Projektes, was schon über Monate hinweg ging, das Ganze so mir verkauft wurde intern von den Leuten, von meinen Auftraggebern, dass das alles abgestimmt ist und bis in die höchsten Ebenen alles super. Und wir hatten schon Korrekturschleifen. Wir hatten Vertreter der Universitäten mit dabei, die das mitbegleitet haben als Studie und auch die ganzen Strategien, die wir entwickelt haben, auch nochmal aus deren Perspektive bewertet haben. Also wir wollten wirklich nichts dem Zufall überlassen. Das sollte wirklich ein ganz professionelles Projekt werden und wollten das auch dokumentieren. Und das haben wir natürlich erst gemacht und so weiter. Und dann gab es einen Termin, zu dem war ich eingeladen, auf einer Bühne zu sprechen und zwar auf der Jahrestagung auf Mallorca. Einmal im Jahr kamen da über tausend Menschen zusammen und jeder durfte mal so ein bisschen erzählen, was er da so gerade macht. Und es ging im Grunde darum, die Mitarbeiter auch so zusammenzuhalten und mal zu sagen, okay, wir holen mal alle unsere Führungskräfte an einen Ort und erzählen mal, was gerade so im Unternehmen an den verschiedenen, ist ja ein sehr großer Laden, was da an den verschiedenen Stellen so alles passiert. So, mein Part war, die neue Marke vorzustellen, aber generell so ein bisschen herzuleiten und zu sagen, was bedeutet das überhaupt, an der Marke zu arbeiten, welche Herausforderungen hat man da zu bestehen und warum ist es so wichtig, gerade für dieses Unternehmen, dieses Projekt, dieses Unterfangen anzugehen. Wir waren eigentlich fertig, aber das sollten wir noch nicht erzählen. Genau, also mitnehmen auf eine Reise, die eigentlich schon längst beendet war. So, und bevor es zu diesem Speaking von mir kam, passierte Folgendes. Und zwar, wir haben das Konzept nochmal zwei Wochen, bevor diese Jahrestagung war, abgestimmt mit dem Inhaber. Ich habe den das erste Mal kennengelernt. Die ganzen Abstimmungen davor waren ohne ihn, weil er so als Inhaber, er so auch als grauer Eminenz, oder ich nenne immer so, diese Leute so liebevoll, so ein Silberrücken, so im Hintergrund waren. Der wollte gar nicht auf Bühnen, der wollte überhaupt keine Öffentlichkeit, gab keine Interviews in der Presse und nichts, sondern der war so, ja, den musstest du lange suchen und einen Termin über den bekamst du halt einfach nicht so ohne weiteres. Wir haben es dann irgendwie hingekriegt, dass er sich das mal angeguckt hat, weil das war ja schließlich sein Baby. Und da fängt es an, stachelig zu werden. Denn wenn du an dem Baby eines anderen versuchst zu modellieren oder etwas zu verändern, ohne denjenigen persönlich gesprochen zu haben, dann ist das natürlich schon ein sehr persönlicher Eingriff. Zumindest hat er das so gewertet. Ihr könnt euch vorstellen, wie das Treffen war. Sehr kühl, sehr distanziert. Wir mochten uns einfach nicht. Ich habe versucht, das Ganze professionell zu handeln und habe das erklärt, wie das ganze Projekt zustande kam, wie es sich entwickelt hatte, warum die Universitäten mit dabei waren und dass es mir einfach wichtig ist, da einen richtig guten Job für die Zukunft zu machen. Also dass das Thema Marke nicht so schnell wieder angefasst werden muss, sondern möglichst lang Bestand hat und Wert aufbauen kann. Und es war ein total emotionaler Prozess, weil ihm ging es einfach darum, dass er nicht involviert war, also zumindest in diesem Entwicklungsprozess. Er aber gemerkt hat, welche Wellen dieses Projekt geschlagen hat und er so gerne mit dabei gewesen wäre. Ich konnte ihn total verstehen. Trotzdem mochten wir uns nicht. Und ich verbrachte die darauf folgenden Tage vor meiner Präsentation vor über tausend Menschen, denen ich dann erklären sollte, dass es eine neue Marke geben wird, die der Inhaber des Unternehmens nicht mochte. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michelle Menden und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile-App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch.de oder auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch ein Special Deal. Wie soll ich diesen Mann dazu bewegen, das cool zu finden, was wir da entwickelt haben? Und in letzter Minute, in der Nacht davor, kam mir die entscheidende Idee. Und zwar habe ich mir überlegt, okay, das, was wir alle nicht so gut alleine können, werden wir mit über tausend Leuten machen, nämlich einen Perspektivwechsel. Das heißt, ich gehe auf die Bühne, werde dann angekündigt, übernehme dann das Mikro und dann lasse ich alle Leute im Saal aufstehen. Und sie sollen sich setzen als ihre eigenen Kunden und in dieser Perspektive meinen Vortrag anhören. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da los war in meinem Kopf. Ich habe mir überlegt, okay, was passiert, wenn du über tausend Menschen bittest, doch jetzt einmal aufzustehen und dieser besagte Mann, der in der ersten Reihe sitzen wird, nicht aufsteht. So, der Tag kam, die Jahrestagung startete. Ich war entsprechend nervös. Es ist ein Scheißgefühl, wenn du eine Präsentation hältst und in der ersten Reihe sitzt der Verantwortliche, der, um den es eigentlich die ganze Zeit geht mit seiner Marke und der kann die ganze Zeit, der kann innerlich den Kopf schütteln und du weißt genau, dass all das, was du gleich zeigen musst, ihm nicht gefällt, weil er einfach nicht involviert war an das Projekt. Das ist übrigens das wichtige Learning, eines der wichtigen Learnings dieser Podcast-Folge, die Verantwortlichen und vor allen Dingen auch die emotional verantwortlichen Leute mitzunehmen auf eine Reise und sie zu involvieren. Das ist unbedingt wichtig. Das ist ein ganz doofes Gefühl am Ende auf der Bühne. Also, was habe ich gemacht? Ich habe den Leuten erklärt, dass wir jetzt alle aufstehen müssen, damit wir eine völlig neue Perspektive einnehmen können. Und das taten die Leute auch. Die standen alle auf. Nur eine einzige Person ist sitzen geblieben in der ersten Reihe. Und jetzt wusste ich, okay, der hat keinen Rückenleiden, der hat keinen gesundheitlichen Grund sitzen zu bleiben, also bin ich auf der Bühne, das war eine recht breite Bühne, bin ich auf der Bühne ganz langsam auf ihn zugegangen. Und ihr könnt euch, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, das sind quälende Sekunden. Ich habe geschwitzt, der Wahnsinn. Aber ich habe mir innerlich gesagt, sei stark, sei stark und bleib so lange dran, bis dieser Typ aufsteht. Und dann bin ich ganz langsam so auf der Bühne auf ihn zugegangen und bin vor ihm stehen geblieben. Also es waren vielleicht noch 5 Meter, 10 Meter, so, vielleicht 15, 10 Meter. So, und der ganze Saal, stellt euch das bitte vor, der ganze Saal stand im Publikum, ich auf der Bühne, wahrscheinlich schweißgebadet, ich weiß es nicht, es gibt keine Fotos. Oder vielleicht schaut. Und dieser Typ sitzt vor mir und bewegt sich keinen Millimeter. Und die ganzen Sekunden werden zu Minuten. Es ist unerträglich, wie lange so ein intensiv erlebter Moment sein kann. Und dann passiert das, wo sich für mich so der Himmel aufgetan hat. Und ich habe gedacht, okay, es gibt einen Gott. Denn diese Person stand auf einmal auf. Nicht super schnell, sehr langsam. Aber irgendwie war das Gefühl in diesem Raum, als würde jeder genau darauf gewartet haben. Und dieser Moment war für mich so wichtig, damit ich ein einheitliches Commitment in meiner Audience hatte. Ich hätte nicht weitermachen können. Ich hätte mich umdrehen können und gehen können. Aber das war nicht die Challenge. So, also er stand auf. Und ich erklärte dann allen zusammen im Raum, dass wir uns jetzt alle wieder hinsetzen als unsere eigenen Kunden. Und ich weiß nicht genau, was ihn bewegt hat, nach dieser Veranstaltung zu mir zu kommen. Und er hat einen Satz gesagt. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag. Er hat mir die Hand gegeben und ist weggegangen. Das war es. Ich habe ihm dann gedankt und dann war es das. Und wir haben dann noch weitergearbeitet tatsächlich. Ich habe gedacht, der Auftrag ist weg. Das hat dann ja keinen Zopf. Aber was er gewürdigt hat, war jetzt nicht so die Sympathie, weil da hatten wir eigentlich einen schlechten Start, hätten uns viel früher kennenlernen müssen, sondern das, was er gewürdigt hat, war die Arbeit, die Art und Weise, wie professionell wir an das Projekt rangegangen sind und wie behutsam wir ja sein Baby, seine Marke behandelt haben, um sie auf einen neuen, innovativen Weg zu führen. Und ich glaube auch so ein bisschen den Mut, den ich mir bis heute nicht erklären kann, den ich damals hatte auf der Bühne, um zu warten, um darauf zu bestehen, gehört zu werden. Und das ist genau das, was ich dir heute gerne mit dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Darauf zu bestehen, gehört zu werden. Dir eine Bühne auszusuchen und diese Bühne auch auszufüllen. Und auszufüllen meine ich mit deinen ganzen Visionen, mit deinen ganzen Ideen, mit deiner ganzen Personality, mit deiner Sympathie, alles, was dich ausmacht, mit deinem charismatischen Auftreten, all das, weil du eine ganz wichtige Botschaft in die Welt tragen möchtest. Das unterstelle ich jedem, der diesen Podcast hier hört. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie so eine Bühnenpräsenz funktioniert und sich bewusst zu werden, was für eine Verantwortung du dir selbst gegenüber, aber auch deinem Unternehmen gegenüber hast. Wenn du den Pitch vor den Investoren versemmelst, dann war es das, dann gibt es halt keine 50 Millionen. Dann wird es dieses Produkt halt nicht geben, obwohl das so vielen Menschen helfen würde. Es ist eine unfassbare Last, die man auch zu tragen hat in diesem Moment. Und sich dann wirklich dem hinzugeben und zu sagen, okay, ich schaue mir an, was kann ich noch tun? Wie kreativ kann ich dort auf dieser Bühne sein, um zu bestehen? Und ich muss eins sagen, es gibt so die Techniker auf der Bühne. Ich bin jetzt kein professioneller Bühnencoach oder Stagingcoach oder Bühnenkompetenztrainer oder sowas. Sondern meine Beobachtung einfach, mal so Lebenserfahrung. Meine Beobachtung, es gibt so die Techniker, die sind technisch gut. Die drücken sich adäquat aus. Die sehen sehr eloquent aus und das passt alles. Das ist so ein Universal-Schlüssel. Die kannst du auf jede Bühne stellen. Der rockt das, der macht das. Aber wenn du die Leute fragst, so nach vier Wochen, wie war dein Event, dann erinnern sich die meisten halt nicht. Und das sind dann die anderen, die ich meine. Nämlich die Kreativen, die Außergewöhnlichen, die eben nicht so glatt sind, die nicht so hyperprofessionell überzogen, überzüchtet oder sowas darstellen. Und ich finde es extrem wichtig, sich da in das eigene Vertrauen zu stürzen. So ein bisschen auch in das Abenteuer. Also auch Adrenalin. Und wir wissen ja, das, wovor du am meisten Angst hast. Und ich hatte wirklich damals auf dieser Jahrestagung, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Da ging es mir auch körperlich gar nicht gut. Das ist doch klar. Also das war mehr als nur ein Abenteuer. Das war nicht mehr, ich referiere oder mache eine Keynote. Das wäre nice gewesen. Aber unter diesen Umständen komplette Ablehnung aus der ersten Reihe, Leute, nee, das willst du nicht. Das ist dann schon ein Extremsport. Zumindest für mich. Da gibt es sicher andere, die stecken das easy weg und machen das alles noch viel lustiger und lockerer. Aber das war für mich einfach, da habe ich mich auch nicht wohlgefühlt. Aber es war wichtig, da durchzugehen. Es war wichtig, für sich und seine Arbeit einzustehen. Ich hoffe, ich konnte dich heute mit dieser Podcast-Folge begeistern für das Thema Bühne. Vielleicht sogar begeistern für einen eigenen Podcast. Oder begeistern für unser neues Business Performance Masterclass Programm. Also schau einfach in die Show Notes und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018